hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ihr seht ich habe uns wieder was schönes mitgebracht bzw ich habe mir was schönes bestellt zu meinen füßen steht ein päckchen etwas größeres päckchen ein paket ist es schon und wie ihr in der überschrift schon lesen konntet da ist auch eine top trainer box drin und zwar von weg des chems die ich noch im oktober bestellt bzw gekauft habe für 60 euro das ist ja jetzt eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich möglich weil die preise sind ja schon vor release durch die decke gegangen ist jetzt auch schon wieder ein paar wochen her und ich habe das ganze am 14 oktober bestellt und zwar jetzt nicht als einzelne top trainer box sondern als ein bundle und zwar bei comicplanete die hatten da so eine aktion gefahren ich glaube das war am 13 oder am 12 oktober da wollten sie dann nochmal samstags um 18 uhr 18 verschiedene produkte zu weg des chems hochladen bei sich dann ist auch die der ganze shop da kollabiert weil da so viele auf einmal darauf zugreifen wollten um sich noch was zu sichern dass dann alles abgeschmiert ist ein tag später konnte ich mir dann doch noch eine kleinigkeit sichern und zwar diese top trainer box aber nicht allein sondern in einem bundle und ja für dieses bundle habe ich bezahlt 375 euro 90 jetzt fragt euch was hatte gute pokeknecht 90 sich da gekauft und ja unten ist auch noch mal separat noch so ein finsterball den ich mir gegönnt habe weiß nicht ob ihr das sehen könnt hier für 17 euro 50 und jetzt schauen wir mal was in diesem bundle so drin ist wie gesagt der finsterball den habe ich mir separat gekauft weil irgendwie hatte ich noch mal bock drauf ich hab okay komm packst du noch mit rein aber was gehört jetzt zu diesem bundle bei 375 euro ist das schon eine ganze menge wie gesagt eine top trainer box aber es ist nicht die einzige top trainer box hier sind nämlich noch neun weitere drin und zwar von flammende finsternis hier ist die gute von weg des chems auch alles gut eingepackt also ich werde jetzt im film hier nicht noch auspacken würde jetzt zu umständlich werden ich will ja vor allem hier auch die folie von der top trainer box weg des chems nicht beschädigen in diesem bundle drin war halt diese top trainer box für umgerechnet 60 euro und neun weitere top trainer boxen von flammende finsternis für ein stückpreis von 35 euro was ebenfalls ein richtig guter kurs ist und da ich mir gedacht habe schon lange bevor dieses bundle eigentlich raus kam ja noch mal so vier fünf top trainer boxen flammende finsternis kannst du dir ja mal gönnen dann kannst du die nach und nach hier auf dem kanal aufmachen und die top trainer boxen mit den sleeves die kann man ja auch wieder ein bisschen geld reinzuholen dann die box mit den sleeves umgerechnet alles zusammen dann noch mal zehn euro wieder verkaufen das klappt soweit ganz gut ich hatte auch schon mal so leere top trainer boxen für stück fünf euro verkauft bei ebay klein anzeigen sonst bin ich ja nicht irgendwie so ein verkäufer aber die sammeln sich dann halt an dann wird man die hallo so kann man das dann auch machen so dass man dann für die acht booster da drin zusammen 25 euro bezahlt hat und wenn man das dann mal zusammen rechnet dann ist das in ordnung dann ist das pro booster ungefähr so drei euro zehn oder was das sein müsste das ist ein guter kurs ähnlich wie dann das ganze bei so einem display aussieht außerdem ist so und sag ich mal so ein unboxing mit so einer top trainer box finde ich immer so ein bisschen schöner als wenn es jetzt einfach nur so ein display ist was aufgerissen wird also ihr könnt euch schon mal darauf freuen wir werden hier noch in zukunft vielleicht auch in den nächsten jahren ich werde jetzt nicht alle hintereinander aufmachen aber ich liebe das set muss ich einfach sagen wenn ich eigentlich nicht so das schwert und schild freund war aber flammende finsternis finde ich klasse und dann wird man das so in den nächsten monaten vielleicht auch über den nächsten ein zwei jahre verteilt dann die eine oder andere top trainer box flammende finsternis aufmachen ein bisschen mehr als ich mir sonst gekauft hätte sonst wären es halt nur vier fünf vielleicht auch sechs flammende finsternis top trainer boxen geworden aber so habe ich aus der not eine tugend gemacht und dann hat man eine weg des champs top trainer box für 60 euro und neun flammende finsternis top trainer boxen für stück 35 euro also eine richtig richtig coole sache herzlichen dank da auch noch mal an comic planet de das ist eine richtig coole aktion so dass auch noch mal viele die möglichkeit hatten sich produkte zu einem adäquaten preis zuzulegen klar nicht jeder kann sich jetzt mal eben für 375 euro zehn top trainer boxen holen muss man aber auch gar nicht die hatten auch kleinere bundle gehabt mir hat dieses bundle sehr sehr gut gefallen deswegen habe ich dazu geschlagen es gab auch welche für unter 200 auch für unter 100 euro jetzt zwar nicht unbedingt mehr top trainer box aber dann mit pin collection die dann auch zu einem normalen kurs dann ich glaube 18 euro war ja so der pin preis oder dieser anderen weg des champs premium pin collection für stück 30 euro das fand ich einfach eine richtig coole sache dass man jetzt auch noch wo die preise wirklich astronomisch sind wo man jetzt schon für eine top trainer box irgendwie 140 150 euro verlangt und dabei ist das set überhaupt gar nicht so toll dass man da noch so eine aktion fährt finde ich einfach klasse weil ja auch comicplanet.de ist ja nun mal auch ein shop das ist ein unternehmen da geht es darum gewinn zu machen das ist ganz klar und da könnten sie dann wenn sie die einzelnen verkauft hätten viel viel mehr gewinn mit machen deswegen muss man das einfach mal loben und sagen hier richtig top die hatten ja auch die aktion gefahren ich weiß nicht ob der ein oder anderes von euch weiß dass man sich jetzt auch noch mal im oktober die pin collection von weg des champs die jetzt im november rauskommt sichern konnte wenn man da schon stammkunde ist also eine gewisse anzahl der bestellungen in den letzten ein beziehungsweise zwei jahren gemacht hat zu dem normalen kurs von ich glaube 18 euro 18 euro 50 reservieren lassen konnte und das finde ich eine richtig coole aktion habe ich auch gemacht da wurden mir dann jetzt ein paar pin collection gesaved die ich dann im november bekommen also eine richtig richtig coole aktion vielen dank dafür und ja man sieht auch da gibt es natürlich shops denen geht es nicht nur darum möglichst viel kohle zu machen sondern die sind sich auch manchmal ihrem kundenstamm sehen sie sich da irgendwie verpflichtet und sagen was was okay wir könnten mehr geld raus machen aber ja die kunden sind für uns da die kaufen hier nicht nur einmal die kaufen hier mehrfach die kaufen hier regelmäßig die sind seit jahren unsere kunden und da möchten wir dann auch so ein bisschen was zurückgeben und dann muss ich einfach sagen herzlichen dank an comicplanet.de das ist eine richtig richtig coole sache und ja ich freue mich drauf wir werden hier die eine andere flammende finsternis top trainer box öffnen aber natürlich auch noch die top trainer box weg des champs und ja da bin ich mega gespannt und es muss ja noch das glurak gezogen werden ihr wisst also eigentlich eigentlich beide damit das set komplett ist aber wenn es nicht der fall sein sollte haben wir auf jeden fall hier noch eine menge flammende finsternis freunde gut genug gelabert ja ich wollte euch das einfach nur mal zeigen und es ist es ist wieder wie weihnachten ich meine weihnachten steht ja schon fast vor der tür ich habe es ein bisschen vorgezogen jetzt verabschiede ich mich bleibt gesund bleibt stabil bleibt mir treu und wir sehen uns dann hoffentlich zum weiteren video auf mal hier auf meinem kanal also ihr lieben macht's gut euer pokeknecht 90